Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB heute am Mittwoch, den 13. Dezember 2023 und heute wollen wir uns natürlich einen Blick gönnen auf die FED-Leitzinsentscheidung, die heute Abend ansteht. Was wird erwartet? Welche Szenarien würde ich skizzieren? Wie sieht mein Gameplan aus? Was erwarte ich für den S&P, für den Nasdaq, für Gold und warum erwarte ich was ich erwarte? Dazu in wenigen Minuten mehr, bevor wir offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Die FED-Leitzinscheidung sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hierfür nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches Erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de, koste nur seine Demo herunter und teste dann risikofrei, schau, ob der Handel mit diesem Produkt sich für eine eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich aller Informationen, vorstelliger Risikonweis, findet ihr auf xdb.com.de. Darüber hinausgehend kontaktiert gerne den deutschsprachigen Kundensupport, Kontaktdetails folgen sogleich, solltet ihr Fragen zu xdb haben als Broker, Handelsplattform, Kontoeröffnung und dergleichen. Zunächst in eigener Sache, bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen, es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Ihr könnt gerne eure Fragen unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion stellen, aber bitte, wie gesagt, nichts als Anlageempfehlung in irgendeiner Form missverstehen. Hier haben wir die Kontaktdetails, Telefon bzw. E-Mail-Adresse, xdb sei als Broker-Code vorgestellt, bis das CFD Brokersjahrs 2023, die unerzüge geführt haben, findet ihr hier links einmal aufgeführt. Ein Grund mit Sicherheit, die xStation und dann geht es in die Trading-Applikation, in die xStation an dieser Stelle. Ich habe hier einmal den S&P 500 vorbereitet, der, ihr könnt es erkennen an der 30-Minuten-Aggregation, hier an dieser Stelle, gestern einen kurzen Flasch auf der Unterseite gesehen hat und dann aber relativ zügig ab Beginn oder Mitbeginn der Wall Street Nachfrage sah und sogar auf neuen Jahreshochs hat schließen können. Auch der Nasdaq in sehr, sehr ähnlicher Form diesbezüglich so unterwegs gewesen am gestrigen Handelstag, ich zeige das einmal kurz hier, da sind wir schon relativ stark reingekommen. Also ganz kurz hier Bereich Jahreshochs und kommen schon bullisch rein, sehen einen kurzen Flasch auf der Unterseite, Push auf der Oberseite. Warum ist das jetzt erwähnenswert? Nun, weil gestern die Inflationszahlen veröffentlicht worden sind und wir wollen natürlich einen kurzen Blick drauf werfen, wie sind die veröffentlicht worden, besonders ehrbärische Reaktionen, ist da eigentlich dann in Richtung, ganz genau, in Richtung wie erwartet, beziehungsweise höher als erwartet. Schauen wir kurz in den Kalender, das ist hier in der xStation gestern und wir können da die Verbraucherpreise sehen, auch die Kerninflation an dieser Stelle. Wir sehen 3,1% Year on Year veröffentlicht worden, wie erwartet. Wir hatten ja gestern gesagt, so eine leichte Skew in Richtung 3%, seitens der Swap-Märkte, die sich hat ausmachen lassen, Kerninflation vielleicht relevanter, mit 4% veröffentlicht worden, also summa summarum genau wie erwartet. Und das ist natürlich etwas, wo man dann sagt, naja, wenn die Kerninflation höher bleibt, ausgehend von den Kommentaren, die Jay Powell ja hier noch vor rund 10 Tagen geliefert hat, bevor diese Blackout-Period jetzt mit Ausblick auf die jetzige Leitzinsentscheidung beginnt, dann ist das eigentlich eher ein Grund davon auszugehen, dass man sich vielleicht eher restriktiver präsentieren wird, seitens des geldpolitischen Kurses. Wir sehen aber auch, dass der Markt das komplett wegatmet. Also nach der kurzen initial bärischen Reaktion und Abschlägen in der Größenordnung von etwas mehr als 100 Punkten, im Falle des Nasdaq oder auch hier im Falle des S&P, mit der 6,40 ungefähr im Hoch und dann runter bis in Richtung der 600er Regierung, die haben wir deutlich halten können. Bullischniss fand sich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Verläufe gestern von der Inflationsveröffentlichung im Hinblick sowohl auf den S&P als auch auf den Nasdaq wahrscheinlich das sind, was uns heute ähnlich anstehen könnte. Kurzer Flasch eventuell, aber dann, dass Käufer reinkommen. Warum, wieso, weshalb? Dazu jetzt mehr. Zunächst einmal wollen wir uns die Frage stellen, was erwarten wir denn? Wir schauen heute auf den Kalender. Wir sehen, dass die FED-Leitzinsentscheidung heute Abend, da ist die Pressekonferenz und dann hier die Zinsentscheidung 525 bis 550 Basispunkte erwartet. Also 5,25 Prozent bis 5,5. Wir sehen auch die wirtschaftliche Prognose hier herausgestellt. Das sind die sogenannten Economic Projections und das ist deswegen erwähnenswert, weil es das sein wird, worum es wirklich geht im Kern und worauf wir schauen wollen. Und jetzt zunächst einmal die Frage, die sich vielleicht der eine oder andere, der sich dieses Video jetzt anschaut, stellt, oder Frage stellen dürfte, ist, wo kommen eigentlich diese Prognosen her? Also das heißt, wir haben es jetzt im Hinblick auf die Non-Pay-Roseur gemacht oder auch zum Beispiel im Hinblick auf die Inflationszahlen. Da sagen wir dann eben entsprechend, oder stellen uns das so vor, da ruft einfach Reuters, Blumenberg oder wer auch immer, ruft bei den großen Investmentbanken an, die kriegen entsprechende Schätzungen, was ist eure Erwartung und dann wird eben das entsprechend abgetragen. Wir haben eine entsprechende Verteilung und ausgehend hier von dem über den Mittelwert und dann haben wir ungefähr den Erwartungswert. Bei der FED ist es jetzt so, da kann man sich selten vorstellen, da ruft kein Blumenberg-Analyst irgendwie bei der FED an in Washington und sagt dann, ich möchte mal gerne die stimmberechtlichen FOMC-Mitglieder, die sollen mir mal bitte sagen, wie sie abstimmen werden und das stellen wir dann entsprechend hier als Prognose an. Also es muss irgendwo anders herkommen, logischerweise. Und es kommt woanders her, es kommt nämlich vom sogenannten FED Watch Tool. Das FED Watch Tool ist frei verfügbar von der Chicago Mercantile Exchange und was das FED Watch Tool macht ist, es extrahiert vom Optionsmarkt, also vom Terminmarkt, die entsprechenden Griechen und erstellt dann über entsprechende Modelle hier eine Grafik, bei der man ausgehend von dem Pricing der Optionen entsprechende Rückschlüsse darauf ziehen kann, wie sieht der Markt aktuell die Erwartungshaltung in Bezug auf das Leitzinsniveau zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft. In dem Fall der 13. Dezember, heute, sehen wir 98,2% erwarten, dass der Leitzins bei 525 bis 550 Basispunkten liegt. Jetzt ist die Sache die, das ist deswegen interessant und relevant, weil in den sogenannten Economic Projections, also das heißt innerhalb dieser Wirtschaftsprognosen, die alle drei Monate seitens der FED veröffentlicht werden, also im März, im Juni, im September, das letzte Mal und jetzt im Dezember, da findet sich ein sogenannter Dot Plot. Und dieser Dot Plot, da ist jeder Punkt, also Dot, Englisch für, oder beziehungsweise Englisch Dot, zu Deutsch ist das Punkt, da steht jeder einzelne Punkt für ein stimmberechtigtes FOMC-Mitglied, also für ein FED-Mitglied. Und die haben eben im September noch gesagt, für das Jahr 2023, sehen Sie am Ende des Jahres, und da sieht man die meisten Punkte offensichtlich, sehen wir den Leitzins bei 550 bis 575 Basispunkten. Das bedeutet also, der Terminmarkt mit seiner Erwartungshaltung liegt beim Status Quo, also bei 525 bis 55 und somit unter dem, was der Dot Plot hier eben zeigt. Und es ist davon auszugehen, auch ausgehend von den letzten Wirtschaftsindikationen, die reingekommen sind, dass die FED sich hier im übertragenen Sinne dem Markt beugen wird. Denn das, was die FED vermeiden möchte, ist zu viel Volatilität zu provozieren an dieser Stelle. Und wenn 98% der Marktteilnehmer mit einer unveränderten Haltung im Hinzug auf den Leitzins rechnen, dann ist sehr unwahrscheinlich, dass die FED sagt, trotzdem kriegt der die Leitzinsanhebung, besonders weil es auch keinen wirklichen Not tut vor dem Hintergrund, zum einen der Inflation, die sich eher in Richtung der Zielmarke von 2% bewegt, und zum anderen auch, weil es die wirtschaftlichen Indikationen eventuell gar nicht hergeben. Das ist also unspektakulär. Das, was uns viel mehr interessieren wird, ist das, was erwarten wir denn für das Jahr 2024 und hier für die Punkte, für die Dots, für das nächste Jahr. Und wenn wir genau hinschauen, wir sehen, das ist relativ mixt, ehrlich gesagt. Wir sehen hier diverse Punkte, die sich um die 5%-Marke eben tummeln. Aber die meisten Punkte, stattdessen 9 von 19 Punkten, die finden sich hier oberhalb der 5%-Marke, also bei 500 bis 525 Basispunkten. Das heißt, das, was relevant sein wird, wird nicht die Zinsentscheidung sein, sondern wie die Punkte hier sich verschieben für das Jahr 2024, um dann eine Idee zu bekommen, wie sehen die FED-Offiziellen die Leitzinsen über die kommenden 12 Monate. Und das habe ich dann hier einmal niedergeschrieben. Und das Dokument, das werden wir morgen auch nochmal hier reinholen. Ich will das einmal ganz kurz in die Mitte ziehen, damit mein Kopf nicht davor ist. Also, was wird seitens der FED erwartet? Unveränderter Leitzinsen, das haben wir gerade im Kalender in der X-Station gesehen. Und es wird erwartet, wie sich eben die Economic Projections, beziehungsweise hier der Dotplot eben entsprechend verschiebt. Und jetzt habe ich hier Folgendes gemacht mit den Kunden von XTB gerade im Live-Event, im Guten Morgen Börse. Ich habe nämlich einmal meine Einschätzung geschildert, also erstmal hier. Ich gehe davon aus, der Leitzinsen wird unverändert bleiben. Ich gehe auch gleich mal hier zurück in die X-Station übrigens und in die Charts. Dann haben wir auch gleich da eine Möglichkeit, entsprechend so uns hier gleich den Kursverlauf anzuschauen oder den erwarteten Kursverlauf. Und ich sage, dass ich davon ausgehe, dass diese Punkte bis in Gefilde um 475 bis 500 Basispunkte erstmal wandern. Ich glaube nicht, dass die FED innerhalb dieses Dotplots sofort im übertragenen Sinne einen richtigen Slash produziert. Was meine ich damit? Wieso sage ich das? Das hat damit zu tun, weil ich eben auch die Möglichkeit habe, im FED-Watch-Tool in die Zukunft zu schauen, ein Jahr von jetzt, nämlich in den Dezember 2024, um mir hier anzugucken, wo ist da eigentlich die Erwartungshaltung? Und wir sehen, die beiden größten Balken hier haben wir, das hat sich jetzt leicht verschieben, waren es noch 28,3 und 28,3. Jetzt sind wir bei 29,3 für 400 bis 425 beziehungsweise 425 bis 450 Basispunkte. Das sind die größten Erhebungen. Das heißt, nichts anderes übersetzt, als dass der Terminmarkt ein Jahr von jetzt erwartet, dass die FED 100 beziehungsweise sogar 125 Basispunkte niedriger in Bezug auf den Leitzins sich präsentieren wird. Solch ein dramatischer, so genannter Slash ist allerdings im Vergleich zu dem, was wir jetzt hier zu sehen bekommen haben, schon ziemlich dramatisch. Sollten wir sowas zu sehen bekommen, dann wäre das eigentlich ein, also wirklich sehr, sehr doffisches Statement. Das wäre meiner Einschätzung nach ultra bullish für Gold, das wäre ultra bullish für den S&P und Nasdaq. Ich glaube aber, dass man das schrittweise anpassen wird, diese Punkte nach unten wandern über die nächsten Economic Projections an dieser Stelle. Und das ist das, was sich eben hier meiner Einschätzung nach so dann widerspiegeln wird, dass man eben jetzt stückweise runter geht und erstmal den Dotplot anpasst, die meisten Punkte dann bei 475 bis 500 Basispunkte erwarten dürfte. Aber dass man eben eine sogenannte doppische Rhetorik anschlägt. Also doppische Rhetorik heißt, geldpolitisch expansiver sich präsentiert und so etwas sagt wie, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg in Bezug auf den Leitzins. Wir denken, wir sind jetzt fertig mit weiteren Leitzinsangehemen. Man wird das natürlich ein bisschen vornehmer, ein bisschen akademischer vielleicht formuliert. Aber man wird sagen, man ist jetzt fertig und man geht in dem Zusammenhang davon aus, dass das aktuelle Leitzinsniveau in Verbindung mit den jetzt letzten Inflationszahlen, vielleicht gestern auch schon mit einbeziehen, dazu führt, dass man sich in den kommenden 12, vielleicht 24 Monaten, je nachdem in Richtung der Zielmarke bewegen wird, wieder um die 2%. Das ist deswegen relevant, weil es würde nämlich eine ganz bestimmte Nuance vernachlässigen oder ändern und demnach wäre es doppisch zu interpretieren. Es würde nämlich keine weiteren Zinsanhebungen mehr zum Thema machen. Und das war etwas, was Jay Powell ja vor 10 Tagen noch auf dieser Rede, die dann zum Beispiel in Gold dazu geführt hat, dass wir diesen kurzen Run, diesen Spritzer auf neuer Allzeithostor zu sehen bekommen haben, nochmal herausgestellt hatte, dass das weiter eine Option darstellt. Also das Rauslassen dieser Rhetorik, dass Zinsanhebungen eine Option darstellen, dieses Rausschneiden dieses Teils würde ausreichen, um meiner Einschätzung nach eine doppische Rhetorik zu implizieren. Und das würde dann dazu führen, weil eben der Markt schon relativ weit gelaufen ist im Falle des S&Ps, dass es einen kurzen Flash gibt. Also so ähnlich wie gestern hier im Falle jetzt vom S&P 500 auf der Unterseite. Eventuell, ich habe es hier geschrieben, 4.600er Regionen. Ich müsste wahrscheinlich sogar ein Stück weit höher gehen. Ich glaube nicht, dass wir nochmal hier die Tiefs tatsächlich anlaufen. Also ich gehe davon aus, vielleicht sogar 4.630, 4.620 maximal, also wir sind ein höheres Tief ausbilden. Aber sehe dann Käufer reinkommen gegen diesen Bereich mit einem Ziel 4.680, 4.700 in den kommenden Tagen. Beziehungsweise skiziere ein ähnliches Szenario für den Nasdaq, nur mit angepassten Kurszielen logischerweise, weil der höher notiert. Den sehe ich dann auch bullisch. Ich sehe einen kurzen Flash, eventuell nochmal in die 16.100er Region. Dann allerdings von dort Long mit Ziel 16.600 bis 16.900er. Also Region allzeithochst schon in das Weihnachtsfest hinein in den kommenden Tagen. Spannend eventuell für den einen oder anderen nochmal ein Blick auf Gold. Nach diesem Ausverkauf hier an dieser Stelle. Ich wäre weiter zurückhaltend, würde solch eine Rhetorik und auch eine bullische Reaktion erstmal sehen wollen. Aber würde erwarten, dass in solch einem Szenario, wie hier gerade skizziert, Gold zurückliefe, erstmal über 2.000 Dollar. Oberhalb von 2.010 und ein Halten, das könnte ich mir für eine erste vieler Long-Position vorstellen und dann aufmunitionieren mit einem Break, Halten oberhalb von 2.040 Dollar. Hauptfokus allerdings meinerseits, tradingtechnisch erstmal die Equities, der S&P, der Nasdaq, beziehungsweise diverse Einzeltitel und dann Gold, so aus dem Augenwinkel in Bezug auf die Price Action und alles weitere werden wir uns am Morgen anstarten. An dieser Stelle hier, wenn sich der Staub wieder ein bisschen gelegt hat, meinerseits sei es das erstmal gewesen, happy trading. Passt auf die Stops auf, wir hören uns morgen wieder, habt euch wohl, bis dann. Und tschüss.